Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stardew Valley. So, wir gucken uns erstmal den Wetterreport an. Morgen wird es wolkig mit Wind und der Fortune Teller, der uns heute nicht so viel bringen wird, weil ja ein Fest ist. Die sind sehr unerfreut heute, ja das ist ja eh egal. So, also ich habe mich erkundet. Wir haben ja heute das Festival. Und die Sache ist die. Ich habe erst gedacht, es reicht, wenn ich neun Kürbisse hinbringe. Dem ist aber nicht so. Ich hatte mich nochmal informiert. Und zwar ist es am besten, neun verschiedene Sachen zu bringen. Das heißt, neun Pflanzen, neun Foraging-Sachen, neun Mineralien, neun Tierprodukte, neun gekochte Sachen, bla 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 und so weiter und so fort. Und dafür gibt es nämlich Extrapunkte und am besten sind die Sachen natürlich auch noch mit Goldsternen. Also habe ich ein riesen Problem. Es wurde aber auch geschrieben, dass es sehr, 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 sehr schwer ist, im ersten Jahr den ersten Platz zu bekommen. Einfach, weil man noch nicht so die Möglichkeiten hat, seltene Gegenstände zu bekommen. Deswegen werde ich mich jetzt nicht ganz so darauf fixieren, dass ich goldene Sachen bekomme, sondern einfach versuche, das Beste draus zu machen. Ja, und das Gute ist natürlich, dass wir die Sachen nicht verlieren. Das heißt, wir müssen die nur zeigen. Wir können die am Ende des Festivals scheinbar wieder mitnehmen. Ich habe mich extra nochmal erkundet deswegen. Und ja, ich würde sagen, das probieren wir einfach mal aus. So, ich will mal gerade gucken, was ich da alles hätte. Also ich werde, die Eggblend ist zwar Gold, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die mitnehmen soll. Am besten wäre ja eigentlich den Pumpkin. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich alles mitnehmen soll. Ich gucke mal gerade. Ich habe eine Rainbow Shell, die ich rein theoretisch mitnehmen könnte. Ich glaube, davon nehme ich eins mit. Ein Sander-Eck werde ich mal mitnehmen. Dann, das gehört ja eigentlich mit zu Foraging, wenn ich es mich nicht irre. Eigentlich schon, ja. Dann, theoretisch, ein Mineral noch, aber das ist das hier. Was nehmen wir denn mal noch mit? Wie gesagt, wir brauchen noch eine Pflanze. Da könnten wir zum Beispiel das Bok Choy nehmen. Oder aber irgendwas, was ein bisschen besser ist. Vielleicht das Cauliflower oder sowas in der Art. Wir haben hier noch eine Blume. Ich glaube, davon nehmen wir mal eine mit. Ja, das hier werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das zählt, glaube ich, auch als... Zählt das als Ernte oder zählt das als Foraging? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe halt nur grob drüber geguckt. Ich weiß jetzt leider nicht ganz genau, was was war. Sermonberry. Ich glaube schon fast, dass es als was anderes zählt. Aber doch, Foraging müsste das aber sein. Das müsste Foraging sein. Okay, und dann gehen wir nämlich gerade mal ins Haus und kochen was. Gucken wir mal, was wir da Schönes machen. So. Da ist meine Maus. Eine Trout Soup. Da bräuchte ich... Ah, Moment mal. Einen Fisch bräuchte ich noch. Zur Not würde auch wohl ein Silbernen gehen. Big Mouse wäre besser. Moment, 18 und 7. Und der hat 35 und 14. Oh, Ghost Fisch. Ich würde sagen, wir nehmen den Ghost Fisch mit. Ein Plus. Das reicht. Dann hätten wir, wie gesagt, das erstmal. Jetzt gucke ich mal, was ich koche. Wir könnten das beispielsweise kochen. Wir könnten ein Tortilla kochen. Was haben wir noch Schönes? Oh, sonst können wir nichts kochen. Sonst habe ich anscheinend nichts dabei. Okay, was wäre denn besser? Das bringt 50 und 20 und das bringt 140 und... Ah. Ich würde sagen, wir machen das hier. So, jetzt habe ich 1, 2, 3. Ah, das zählt als Mineral, dann kann ich das andere wegmachen. Nochmal. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Was nehme ich denn mal noch mit? Also auf jeden Fall vielleicht ein paar goldene Sachen oder so. Was macht der? Hops, 81. Das ist das aber schon besser. Fisch habe ich dabei. Ich habe Trout Soup. Oh, ich weiß nicht mehr, was ich alles mitnehmen musste. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ähm, 6. Bin ich mir unsicher. Ah, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Was war es denn noch? Mineral? Egal. Ich werde gerade mal gießen und werde, glaube ich, mal in der Zwischenzeit dann auch schnell schauen, was darunter noch gezählt hat. Vielleicht übersehe ich gerade irgendwas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorbereitet. Mal gucken, wie viele Punkte wir kriegen. Und, ähm, ja. Mal sehen. Ach ja, ich glaube, ein Tierprodukt war es noch. Moment, ein Tierprodukt. Bitte Honig, Honig. Nein. Nein. Ich habe kein Tierprodukt mehr, glaube ich. Hm. Das wäre sowas wie Ei oder Wolle oder Milch oder Honig oder sowas. Das habe ich jetzt leider nicht. Dann werde ich vielleicht stattdessen, ähm, halt sowas noch mitnehmen. Wie viel bringt das? Nicht viel. Hm. Und dann war es, glaube ich, auch sowas. Ah ja, es hat schon angefangen. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Ähm, damit wir dann rechtzeitig dahin kommen. Ich behalte euch jetzt mal ganz kurz mit dabei. Ja, irgendwas muss es noch sein. Also es war, glaube ich, irgendwas, was man produziert hat. Also Wolle oder sowas in der Art. Dann, aber das könnte auch als, ähm, Tierprodukt gelten. Und dann war es aber, glaube ich, auch sowas Tierproduktartiges, was man selbst machen konnte. Äh, äh, nicht, nicht, was man selbst machen konnte, was man essen konnte. Ähm, und dann, das könnte es fast schon gewesen sein. Gut, das bringt halt, also für jede verschiedene Sache bringt es scheinbar fünf Extrapunkte. Hier hätte ich halt schon ganz gern gehabt. Jetzt habe ich das natürlich nicht. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ja, ich versuche einfach ein bisschen was an Punkten zusammen zu bekommen. Also ich weiß, dass man den ersten Platz wo macht, wenn man 90 Punkte hat. Und man startet mit, äh, was war es, 12 oder 16 oder 14? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube 14 oder 16. Ich bin mir nicht sicher. Und gut, das habe ich jetzt leider natürlich nicht. Honig hat leider auch nicht mehr geklappt. Wäre super gewesen, wenn ich jetzt noch Honig bekommen hätte. Naja, ist ja jetzt auch nicht schlimm. Wir gucken mal, dass wir vielleicht noch ein paar andere Sachen mit da reinbringen. Wie gesagt, ein paar Goldsachen auf jeden Fall. Der Pumpkin wäre geil gewesen, wenn er Gold gewesen wäre. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen, die ich zur Not mit reinlegen kann. Ich denke mal, der Blumenkohl wird ganz nett sein. Oh, und bei den anderen Sachen muss man einfach mal schauen. So. Ich muss mich beeilen. Ich meine, okay, zur Not kann ich, glaube ich, meine Pflanzen gleich noch gießen. Ich denke mal, ich werde so spätestens um eins in die Stadt laufen. Oder kurz vor eins. Ich habe nämlich keine Lust, dass ich gegebenenfalls was verpasse. So. Ja, ich denke mal, das Feld mache ich noch. Und dann gehen wir in die Stadt. Nee. Schade mit dem Honig. Schade, schade. Aber dafür habe ich es, denke ich mal, einfach zu spät aufgestellt. So. Wie gesagt, ich gucke mal ganz schnell, was wir noch mitnehmen. Zuerst einmal. Wir haben ein was, zwei was, drei was, vier was, fünf was, sechs was, sieben was. Ich lege nochmal gerade alles weg, was ich nicht mitnehme. Bei der Sweet Pea bin ich unsicher. Ich glaube, die lege ich tatsächlich doch mal wieder weg. Und nehme stattdessen lieber so eine Blackberry oder sowas mit. 45, 18, 45, 18. Moment mal, das ist gar nicht Forging. Das ist Forging. Okay, wir nehmen mal eine Haselnuss mit. Ähm, das lege ich, glaube ich, mal. Na nee, das lasse ich mal mit dabei. Dann eine Frucht noch. Da nehmen wir die Salmonberry vielleicht mal mit. Ja. So, eins, zwei, drei, äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das kommt weg. Das kommt erst mal weg. Mineral habe ich den Diamanten. Also, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, was könnte ich sonst noch mitnehmen? Ich bin mir unsicher. Rainbow Shell zählt gleich wie das hier. Frozen Tier. Ich könnte natürlich auch so einen Schokoladenkuchen mitnehmen. Das wäre auch nicht verkehrt. Ich glaube, das mache ich mal noch mit dazu. Dann haben wir halt zwei gekochte Sachen. Ja, ich denke, so machen wir das. Was haben wir hier noch Schönes? Das zählt als Fisch. Dann nehme ich aber lieber den mit. Okay. Jetzt gucke ich noch mal kurz in den Kühlschrank. Da haben wir den Ghost-Fisch noch. Okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal in die Stadt. Ja, wie gesagt, erster Platz wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber ich versuche mein Bestes. Mal sehen, wie viele Punkte wir dann letztendlich doch noch kriegen. Okay, geht los. Also, ich würde direkt mal in den Shop gucken. So, und zwar brauche ich nämlich das hier. Dafür brauche ich 2000 Punkte. Heilige Scheiße. Eine mysteriöse Frucht, die stärken, die sie essen. Der Geschmack ist wie ein Traum. Eine kraftvolle, äh, also ein kraftvolles, persönliches, ähm, Erfahrung, die schwer für andere zu beschreiben ist. Okay. Oh, es gibt noch eine Rare Crow. Verdammt. Wie müssen die mir sowas antun? Also, am liebsten bräuchte ich 2800 Punkte. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Na, geht's nicht weiter runter. Naja. Also, 2800 Punkte wäre super. Gut, Alisan, es ist der große Tag, unser wichtigstes Fest des Jahres, das Dati Valley Fair. Wenn du, ähm, ah, wenn du starten willst, äh, während, also wenn du ein, ein Crunch Display halt, äh, aufbaust, ähm, werde ich einen leeren Stand für dich, also werde ich dir einen leeren Stand geben. Lass mich einfach wissen, wenn du alles reingemacht hast, sodass wir bewerten können. Äh, wenn du, äh, bist du stark wie ich? Zerklopfe Stein. Oder so ähnlich. So, ich werde jetzt erst noch mein Kram hier hinlegen. Und zwar wollten wir ein Ghostfish, ein Diamant, dieser Cauliflowers, ähm, das Essen, dann wollten wir das hier noch rein machen, das hier, das Ding und der goldene Mais. So. Sieht total durcheinandergewirbelt aus, aber mal gucken. Was sagt er denn hier? Ähm, hast du ein Crunch Display schon bereitgestellt? Es ist deine Chance, um, ähm, ähm, allen zu zeigen, was du, ach so, ah, okay. äh, was für gute Produkte aus, also von, aus Sani kommen. Also meine Farm heißt ja, glaube ich, Sani. Touristin. Wow, das ist das größte Käsegrad, das ich jemals gesehen habe. Sehr beeindruckend. Ich habe mein Bestes versucht, aber mein Display ist, äh, sehr schwach im Vergleich zur Piers. Das ist, ja, das ist Piers, das sieht man schon. Ähm, mein Laden, ähm, beinhaltet, also, also, in meinem Laden bekommt man die, die beste Qualität, also die Produkte mit der besten Qualität im ganzen Dorf. Bitte, äh, Ups, nein, bitte inspect irgendwas. Ich habe zu schnell geklickt. Oh Gott. Spiel das Slingshot Spiel und gewinne Star Tokens. Kann ich das auch später noch machen? Ich habe bereits alle, äh, Spiele geschlagen, also, fertig oder wie auch immer. Was jetzt? Touristin. Es war eine sehr lange Busfahrt bis hierher, aber es war total, aber das war es total wert. Das Dorf ist so schön. Simon liebt es. Nicht wahr, Simon? Simon? Simon sagt nichts. Äh, ich habe das Stärgespiel zu oft gespielt und jetzt fühlen sich meine Arme wie Gummi an. Ähm, hast du bereits das, ach so, nee, warst du bereits beim Glücks, ähm, wie sagt man, Fortune Teller, also Wahrsager? sie hat ihren Stand im, ah, oh Gott, oh Gott, sie hat ihren Stand auf dem Friedhof aufgestellt. Äh, möchtest du das Fishing probieren? Du könntest sehr groß gewinnen oder wie auch immer. beeil dich, lieber Kim, bevor die alte Pam hier alles rausgefischt hat, was es gibt oder wie auch immer. so, dann ist hier noch das Glücksrad. Ähm, komm ruhig näher, wähle eine Farbe und platziere deine, äh, dein Gebot um die Chance, äh, ach so, um deinen Einsatz zu verdoppeln. So, das machen wir später. Ich hoffe mal, dass ich auch später noch, ähm, spielen kann. Ich hab, ähm, ach so, ich hab, ähm, das, das Glücksrad zehnmal gewonnen hintereinander, äh, und dann hat er mich nicht mehr spielen lassen. Oh, kannst du für mich spielen, please? Ähm, es ist eine sehr schöne Stadt, die du hier hast. Äh, nett und cozy, keine Ahnung. Und mit einem wahren Gefühl der Gemeinschaft. Selling Star Tockeys für Just, äh, was, verkaufe Star Tocens für, äh, für 150 Stück, das, äh, 50 Dinger, das Stück. Da könnte ich jetzt meine Star Tocens eingeben. 100. Ich kann nur 10 kaufen. Okay. Kann. Nochmal. Geht das? Tatsächlich. Jetzt hab ich 20 Stück. Hm. Äh, weißt du, weißt du, weißt du, ich würde einen sehr guten Clown machen. Ich denke, ich hab es verpasst oder so ähnlich. Also wahrscheinlich, ähm, der Aufruf oder sowas. Ne? Er sieht nicht sehr glücklich aus. Ich denke, Major Lewis, ähm, musste Geld sparen, äh, bei den, beim Budget des Clowns dieses Jahres. Ähm, ich bewundere Robins, ähm, oh Gott, Carpenter. Was war das denn nochmal? Komm nicht drauf. Also, Holzbearbeitungsskills. Ähm, ich hab einige derselben Techniken, äh, in meiner eigenen Arbeit benutzt oder wie auch immer. Ich erkläre mein, also, beziehungsweise ich, ja doch, ich erzähle etwas über meinen Job ab und zu. Ähm, ach ne, Complain, wahrscheinlich beschweren. Ich beschwere mich ab und zu über meinen Job, aber ich bin sehr stolz darauf. Das sind, äh, einige meiner besten Stücke. Ich hoffe, du magst sie. Oh, ich will eigentlich jetzt nicht mit jedem reden, aber ich gehe, glaube ich, mal zur Wahrsagerin. Ähm, ah, ja, meine Kristall, mein Kristallkugel, ähm, rauscht mit vielen Visionen auf deiner, äh, von deiner Zukunft. Ah ja, sag uns mal, was los ist. Ah ja, ich kann dich am Strand sehen. Ähm, da ist ein, ein nettes Event, was stattfinden wird. Du wirst zu Gast gehen und etwas Lustiges sagen. Äh, es scheint, dass ihr beiden sehr gute Freunde seid. jetzt sehe ich dich und Emily in, ähm, einem, schwer, was, in einem leicht beleuchteten Raum. Du siehst sehr ernst aus, aber nicht unglücklich. Irgendwas Wichtiges muss passiert sein. die Kristallkugel hat sich bewegt. Ah, du bist in einem Kampf. Es ist irgendetwas verheißungsvolles, äh, unten in der Dunkelheit, ähm, aber du bist, siehst aus, als ob du mehr als bereit bist, um diesen entgegenzutreten. Ah, die Kristallkugel ist dunkel geworden. und das ist alles, was ich für dich tun kann, meine Kleine oder Junge oder wie auch immer. Ähm, behalte einfach in Erinnerung, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Was auch immer ich dir gesagt habe, es kann sich immer noch ändern, wenn du, äh, wenn du dein Herz darauf vorbereitest oder wie auch immer. Okay, das war so das, äh, unnützeste, was ich gerade je gehört habe, aber okay, okay, kein Problem. Ich würde sagen, wir werden mal, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Festival vorbei ist, wenn ich jetzt, ich, ich werde es einfach mal machen. Wir gehen jetzt einfach mal hin, der soll uns das judgen und dann kann ich zu Not ja vielleicht immer noch spielen. Ich habe, äh, ja, oh, du hast bereits, ähm, dein Crunch-Display fertig bestückt. Ja. Ja, habe ich. Ach, geht er jetzt hin und guckt? Oh, bitte gib mir eine Menge Punkte. Oh, sag was Nettes zu mir. Na komm. Und? Erzählt er mir jetzt? Ah, okay, ich kann mal fragen. Ähm, dein, dein Crunch-Display wurde bewertet. Kehre zurück zu Major Luz, um die Bewertung zu bekommen. Äh, oh, cool, nein, ernsthaft? Glückwunsch, du hast den ersten Platz mit einem Rating von 93 Punkten gemacht. Oh mein Gott. Dein, äh, Preis sind 1000 Star Tokens. Ähm, also, äh, verbrauche sie weiße oder so. Und vergess nicht, ähm, dein Crunch-Display wieder mitzunehmen. Wollen wir das, machen wir direkt, ne? So, oh, cool, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich war der Meinung, dass ich es auf keinen Fall schaffen kann im ersten Jahr. Und es war ziemlich knapp. Ich meine, ich muss 90 Punkte schaffen. Cool. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Oh, ich glaube, der Diamant hat mir richtig geholfen. So, okay. So, jetzt würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen was. Mir wurde der Tipp gegeben, ich soll, ähm, hier an diesem Ding mal ein bisschen spielen. Ja, ich werde auch mal grün nehmen. Hm. Mir wurde gesagt, ich soll erst 100 machen. So. Bitte bleibt bei grün. Oh, Gott sei Dank. Super. Super. So, jetzt nochmal 100. Und. Nochmal. Super. Ähm. Ja, wir bleiben mal. Obwohl, ich werde, glaube ich, mal 200 jetzt ausgeben. Okay, sehr schön. Wir machen nochmal grün. Oh Gott. Ich will nicht so viel verlieren, aber wir probieren es einfach mal. Ne, wir bleiben mal bei 300, würde ich sagen. 300. Ah, ich will 2800, brauche ich ja eigentlich. Oh Gott. Wir machen 400. 200. Wow, war das knapp. Okay. So. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich so oft Glück hatte, dann kriege ich irgendwann mal richtig Pech. Aber wir probieren es einfach mal. Scheinbar kann ich nur maximal 10 mal gewinnen. Okay, super. So, nochmal grün. Und jetzt machen wir 600. Oh, das sieht nicht gut aus, oder? Doch, es hat geklappt. Perfekt. Ähm, jetzt will ich mal ganz schnell gucken. Das war hier oben. Ähm, ja. Also ich, die Fedora brauche ich nicht. Sieht zwar cool aus, brauche ich aber nicht. Aber höchstens vielleicht nochmal 100 Punkte, um diese Sonnenblumen zu holen. Ich will mal gucken, geht das mit Maus? Ne, also es gibt wirklich nur das. Ja, ich werde mal noch ein paar Punkte holen, damit ich mir diese Sonnenblumen noch holen kann. So. Moment mal kurz. Jetzt will ich nochmal ganz kurz schauen. Was hat dieses Fedora eigentlich gekostet? Welche hole ich mir doch alles. Äh, 500. Also ich bräuchte jetzt noch 600 Punkte. Ja. Machen wir mal 300. Oh. Ah ja, sehr gut. Gut. Und nochmal 300. Bleib stehen. Okay, super. Ich glaube, wir haben jetzt alles gewonnen, was geht. So. Okay, also wir werden auf jeden Fall den Star-Trop kaufen. 270 hatte ich ja gehabt. Cool. Ähm, du hast deinen Star-Trop gefunden. Dein Geist ist gefüllt mit, äh, was? Mit Gedanken von Eule? Ach so, Eule habe ich eingegeben, weil das mein Lieblingsding ist, ne? Deine maximale Energie, also mein maximale Energielevel hat sich erhöht. So, dann werde ich noch die Rare Crow kaufen. Das muss einfach sein. Wir kaufen die Sonnenblume und die Fedora. Sehr schön. Ich will mal gucken. Fedora. Oh, das sieht cool aus. Das lassen wir. Das sieht wirklich cool aus. Sehr schön. Das ist wirklich cool. Okay. Ähm, ja. Haben wir jetzt hier noch auf dem Fest irgendwas zu tun? Nee, das brauche ich nicht. Ich glaube, ich bin fertig. Ach, hier war ich ja noch gar nicht. Ey, schön. All diese, äh, Tiere sind freundlich und, äh, lieben es, gestreichelt zu werden. Mein neuer Mann. Den werden wir auf jeden Fall mal heiraten. Okay. Ich denke, das war's. Wir sind eigentlich ganz gut über den Tag gekommen. Wir haben es geschafft. Wir haben sogar den ersten Platz belegt. Ähm, was jetzt? Ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Gut, ich hab nicht gewonnen. Aber es war trotzdem sehr schön, all meine harte Arbeit zu zeigen oder mit einzuteilen. Wow, ich hab eine sehr niedrige Bewertung bekommen. Ich denke, Major Lewis ist nicht wirklich ein Fischersfreund oder Fischfreund, wie auch immer. Gut. Ich denke, ich bin fertig soweit. Ich hoffe, ich hab jetzt nichts verpasst. Ähm, ach so. Willst du das Dardew Valley Fair verlassen? Sobald du dies getan hast, wird das Festival zu Ende sein. Ja. Und bam, es ist dunkel. So, wir müssen aber trotzdem noch ein bisschen gießen. Jetzt muss ich mal überlegen, welches hab ich denn noch nicht gegossen. Ah, hier. Genau. Das hab ich aber schon gegossen. Gut. Dann, äh, gieße ich mal schnell noch. Oh, cool. Wir haben eine, eine Rare Crow. Wir haben ein neues Hütchen. Wir haben eine Blume bekommen für unser Haus. Und wir haben den ersten Platz belegt im allerersten Jahr. Es ist ja unglaublich. Vielen Dank übrigens für den Kommentar. Ich hätte mir gar nicht die Gedanken gemacht, was ich da alles bräuchte und hätte nicht gegoogelt. Ich hab dann halt, wie gesagt, eine Seite gefunden, wo man, ähm, so ein bisschen die Punkte und so weiter sieht. Und da stand halt dabei, am besten von jedem etwas, weil man dann diese fünf Extrapunkte bekommt. Und es muss nicht alles Gold sein. Silber ist auch okay. Und ich muss sagen, es ist super knapp gewesen. Wenn ich, was weiß ich, 89 oder 88 Punkte gehabt hätte, ich hätte mich so geärgert. Also ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt jede Pflanze gegossen hab. Ja, ich weiß, es wird spät. Uiuiuiuiui, es wird sehr spät. Hab ich jetzt alles gegossen? Naja, gut, selbst wenn nicht, ist ja nicht so schlimm. Und ich hab eigentlich die Katze auch nicht, aber okay, passt schon. So, wenigstens das. Äh, ja, den Rest machen wir morgen. Wir gehen jetzt mal schlafen. Wir sind Level 9 beim Farming. Wir haben, äh, die Watering Can hat, ähm, ist ein Level gestiegen, genauso wie die Ho. So, wir können Seed Maker machen. Hm, das ist interessant. Wir haben ein neues Rezept Iridium-Sprinkler. Oh, die guck ich mir dann auch mal an. Sprinkler, ich sag aber irgendwie immer Sprinkler. Und wir können Quality-Fertilizer machen. Sehr interessant. So, dann gucken wir doch direkt mal. Die Iridium-Sprinkler, sind die besser als die Quality-Sprinkler? Da. Ähm, oh, das ist natürlich krass. 24, 8, 16, 8. Gott, ich muss mir das mal angucken, wie das genau macht. Dafür brauche ich, oh, ein Battery-Pack, ein Iridium-Bar und ein Gold-Bar. Aber, ich, das wäre natürlich mit am besten. Ich muss aber rausfinden, wie ich das genau mache. Werde ich, glaube ich, dann mir mal fürs nächste Mal machen. So, wir werden jetzt aber erst mal die ganzen Sachen wieder zurückbringen, die ich jetzt hier noch dabei hatte. Das ist jetzt das hier zum Beispiel. Das ist das Essen der Fisch. Ähm. Das brauche ich, glaube ich, nicht hier reinmachen. So. Wir haben den Blumenkohl, den hatte ich auf jeden Fall hier. Jetzt muss ich mal gucken, was vielleicht hier gerade reinpasst. Nee. Das war drin, okay. Ähm, so. Dann, was haben wir hier noch? Da hatte ich, glaube ich, das hier her. Moment. Die Hazelnut. Das hier. Das hier. Ähm. Pumpkin. Werde ich auf jeden Fall mal ein paar aufheben. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob ich die woanders hatte. Nö. Okay. Dann machen wir nämlich drei Stück mal hier rein. Eins, zwei, drei. Dann, die Rarecrow. Die kommt hier mit rein. Eins von acht. Ah, okay. Das ist Nummer eins von acht. Und das fünf von acht. Und das ist fünf von acht. Cool. Freut mich. So, dann. Der Diamant. Den hatte ich, glaube ich, hier drinnen. Hm. Von den Eggplanten hatte ich ein paar aufgehoben, glaube ich. Ja. Also, dann kann ich ja schon mal die Eggplants verkaufen. Ja, das kann ich machen. Das. Und vom Mais kann ich wahrscheinlich auch einiges verkaufen. Eins legen wir mal noch hier rein. Ich mache immer die falsche Taste so. Gut. Und. Warte mal. Komm. Nein, 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 nein. Das bringt gar keine Energy. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Ich glaube. Moment mal kurz. Ich will noch mal ganz kurz gucken. Ne, das kann verkauft werden. Das ist okay. Den Pumpkin verkaufe ich. Und ich glaube, den Mais hebe ich mal auf, wenn ich mal in die Mine gehe. Weil ich da den Hops eigentlich habe. Aber. Ja. Ist schon okay, wenn ich das da lasse. So. Gut. Der Diamant. Oh, was ist denn das hier? Ich kann die Farbe meiner Kiste ändern. Ach, wir hatten ja ein Update. Ist ja cool. Das finde ich. Ist eine schöne Farbe. Ah, ich kann das. Ah, ich verstehe. So, Moment. Da machen wir für das machen wir die Farbe. Und für Gemüse. Wäre eigentlich grün ganz optimal. Ja, die Farbe sieht hässlich aus. Aber es passt ganz gut. Warte mal. Das Grün ist schöner. Cool. Hier kann ich keine Farbe. Es sieht schon schrecklich aus, die Farbe, muss ich sagen. Was ist mit Gelb? Gelb sieht vielleicht besser aus. Oh ne. Wir machen mal Rot. Rot sieht cool aus. Oder ein dunkles Rot. Dunkles Rot. Ah, das unterscheidet man aber nicht so gut. So. Okay. Sehr schön. Honig haben wir wahrscheinlich noch nicht. Nein. Ernten kann ich auch nicht. Oh. Na. Das kriegen wir auf jeden Fall geerntet. Verkaufe ich auch direkt mal. Und dann will ich noch was anderes gucken. Ach, nicht doch. So. Eckblend wird ver... Achso, das würde ich doch mal noch aufheben. Fällt mir gerade ein. Vielleicht kann ich Samen damit machen. So. Konnte ich das nur machen? Ähm. Ah, so kriege ich meine Dinger auf. Ich gucke mal gerade bei den Einstellungen. Ah, ne. Lock Toolbong. Ich gucke mal gerade bei den Einstellungen. Ähm... Huch. Was habe ich jetzt gemacht? Außer sie sind ganz runde. Ähm... Ne. Ich muss jetzt so einzeln machen. Ich warte nämlich eigentlich... Oh, okay. Nö. Ich finde das eigentlich schöner hier. Invertulbar. Ne, 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 ne. Okay. Okay. Also es gibt nämlich seit neuestem die Möglichkeit, ähm... Seine... Seine... Sachen umzusetzen. Das habe ich jetzt eigentlich gerade gesucht. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Ist das hier oben vielleicht? Auch nicht. Muss ich nochmal googeln, wie ich das machen kann. So, wir haben zwei Spiceberries bekommen. Und ich werde jetzt erstmal ein bisschen gießen. Wir sehen uns dann danach wieder. Und ja, gucken mal, was wir heute Schönes machen. Bis dann. So, da bin ich wieder. Wir haben jetzt fertig gegossen. Ich werde jetzt gerade nochmal zur Katze gehen. Och, das war nun... Achso, ne, Moment. Ich glaube, das hatten wir schon. Ja, das haben wir tatsächlich schon. Super. Okay. Also, ich werde jetzt gerade noch diese eine Frucht hier verkaufen, die wir hier haben. Und ich glaube, ich hatte vergessen, Fernsehen zu schauen, oder? Kann das sein? Bin mir gerade nicht mehr sicher, wie heute das Glück und so weiter war. Also, Wettereport für morgen ist schön und sonnig. Und das Glück ist heute sehr unerfreut. Okay, dann können wir da eh nichts machen. Ich will jetzt mal noch die Pflanze aufstellen. So, den Hut, den werde ich, glaube ich, auch mal weglegen. So, wo mache ich den hin? Am besten neben das Bett. Das sieht immer voll hübsch aus. So, das sieht toll aus. Okay. Gut, hätten wir das also auch erledigt. Ähm, Bier. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen. Das muss ich noch rausfinden, wo das ist. Da muss ich noch Amaranth holen. Und wie sieht es denn überhaupt mit Mani aus? Das ist immer noch total blöd gemacht, ne? Er hat immer noch kein Herz bei mir. Stimmt, ich wollte hier irgendwas mitbringen. Ich gebe ihr den Diamanten und dann wollte ich hier, glaube ich, noch eine Blume in die Hand drücken. Ich glaube sogar ein Sweet Pea. Ich habe ja nur eine davon. Wir gehen mal zu Mani gerade, würde ich sagen. Oh, die ist, glaube ich, nur bis um vier da. Ich muss mich beeilen. Oh, shit, hier unten, die habe ich vergessen. Die muss ich noch gießen. Oh, komm, beweg dich. So. Ja, dann muss ich wirklich... Ich habe gestern auf jeden Fall vergessen, die zu gießen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. So, komm rein. Okay, Mani, ich habe da ein bisschen was für dich. Ich probiere es so lange, bis es klappt. Bitteschön. Es ist ein unglaubliches Geschenk. Ah, okay. Also das andere kann ich ihr morgen erst geben, scheinbar. So, das hätte ich schon mal. Jetzt gehe ich nochmal ganz schnell zurückgießen. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendeine Quest vielleicht in der Stadt haben, die wir erledigen können. Es ist zwar schon relativ spät, aber das kann ich ja immerhin annehmen. Wenn es was Leichtes ist, was ich schnell machen kann, ist es ja egal, ob ich es heute oder morgen annehme. So. Fix Riesen. Ich hoffe, hier ist nichts dabei, was 13, 14 Tage braucht. Weil ich dann jetzt gegebenenfalls schon Probleme habe, dass ich hier was rausernten kann. Aber okay, es war ein Geschenk. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe kein Geld dafür ausgegeben. So. Dann gucken wir mal. Die Blume gebe ich ihr dann morgen. Ach, den Hut wollte ich eigentlich noch weggeben. Und dann gehen wir auch mal noch zum Strand runter und uns den Crab Pot mal anschauen. Und dann ist der Tag eigentlich schon vorbei. Nicht doch. Ach so. Bla 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 bla. Red Snapper. Ne. Ich habe noch nie einen Red Snapper gefangen. Und zwei Stück habe ich erst recht nicht davon. Deswegen lasse ich das. Jetzt gehen wir, wie gesagt, zum Strand runter. Red Snapper müssten, glaube ich, so Krabben sein oder sowas. Also Krebse. Wie auch immer. Da liegt was. Das nehmen wir uns natürlich mit. Das und das. Hier hinten haben wir noch ein paar Bürmchen. Wieder mal nur Clay. Noch eine Clem. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich es in Englisch spiele. Ich glaube, ich will das gar nicht mehr in Deutsch spielen. Auch wenn es manchmal echt Vorteile hätte, gerade beim Vorlesen. Aber ich finde es eigentlich so ganz sympathisch. Ich weiß jetzt, wie die Dinge in Englisch heißen. Ich möchte mich da jetzt auch nicht mehr umgewöhnen. Ah ja. Eine Krab, Krab und ein Progen City. So, die gebe ich natürlich auch wieder in meine Kiste rein. Irgendwann werden wir ja mal den Recycler haben. Oder kann ich den vielleicht schon bauen? Habe ich das übersehen? Kann ich den schon machen? Wenn, dann sollte ich mich nämlich echt mal dransetzen, dass ich den bald mal mache. Warte mal, der Seedmaker. Also Pflanzen können da reingemacht werden. Und daraus kommen dann Samen. Und es funktioniert aber nicht mit Früchten. Also nicht mit Fruchtbau, also mit Bäumen. Furnace. Das ist auch cool. Das würde ich auch gerne mal machen. Könnte ich eigentlich wirklich mal demnächst bauen. Das ist was für ein Winter, glaube ich. Aber ich habe jetzt auch nicht so viele Früchte. Aber ich könnte die im Winter bauen. Um die im Sommer zu benutzen oder so. So, und hier ist garantiert nichts. Gut. Gehen wir mal zurück wieder. Ach, schon wieder Würmer. Voll übersehen. Ein Buch. Ich bin mir nicht sicher, ob das jedes Mal ein neues Buch ist oder ob das auch mal doppelte Bücher sind. Irgendwie steht das überhaupt nicht bei. Oh, was guckst du denn hier? Ach so, ich kann nicht darauf warten. Pumpkins, was war das denn? Oh, nochmal Kürbisse dieses Jahr zu sehen. Manchmal komme ich echt nicht auf das deutsche Wort. Das ist schon fast gruselig. Wenn man sich denkt, okay, das Wort, das hast du so im Kopf. Du weißt, wie es aussieht. Du weißt, was es ist. Aber du kommst nicht mehr auf das deutsche Wort. Okay. Ich gucke mal hier oben gerade noch, ob ich da was aufsammeln kann. Ah, hier. Plumps. Sehr schön. Okay, wie gesagt, wir gehen jetzt wieder nach Hause. Sehr viel kann ich jetzt eh nicht mehr machen. Ich werde ein bisschen noch was verkaufen. Cool, sogar eine goldene Koralle. Das werde ich jetzt einfach mal wegmachen. Die CD wollte ich hier reinmachen. Hatte ich schon eine CD hier drin? Ja, gut. Das mache ich mal raus. Das kommt hier nicht rein. Genauso wenig. Ach, und ich wollte mal was testen. So, das kommt auch nicht da rein. Jetzt brauche ich natürlich Steine zum Testen. Und, das muss ich mal gerade ordnen. Das ist soweit. Ach, die Koralle kommt noch mit raus. Okay, müsste so in Ordnung sein. Ich gucke gerade noch schnell. Ja, passt. So, ich will mal was austesten. Und zwar das. Ja, nee. Das, so ging es nicht. Ah, so geht das. Äh, jetzt habe ich meine ganzen Steine da dran. Ah, ich kann sie wieder rausholen. Oh, damit kann ich natürlich Platz sparen. Das ist cool. Ich behalte sie immer bei mir. Dann gehe ich hier gerade noch rein. Gebe ein paar Fische wieder ab. Oder beziehungsweise Muscheln. So, da haben wir das, 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 das und das. So wie das. Und mit den Plums bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die behalten soll oder ob ich die verkaufe besser. Also eine mache ich mal mit rein. Aber die Silbernen könnte ich verkaufen. Warte mal, das gehört hier ja gar nicht rein. Ähm, das auch nicht. Keine Ahnung, wieso ich das hier reingeschmissen hatte. Ich glaube, ich musste ganz schnell irgendwie Platz haben. Ja. Gehen wir hier nochmal kurz hin. Das kann ich reinmachen. Das kommt hier mit rein. Das wollte ich aufheben. Das kommt hier rein. Und Ah, komm. Die Plums verkaufen wir. Frozen Tier mache ich hier mit rein. Und der Rest kommt hier rein. Das, das, das und das. Das will ich morgen noch geben. Okay. Guti. Dann gehen wir ins Bettchen. Das sieht so schön hier mittlerweile aus. Das sieht so schön hier mittlerweile aus. Wir bekommen 3650, also 51 Goldstücke und werden langsam immer vorbereitet für den Winter. Sehr lange ist es ja nicht mehr. Gut, an der Stelle beende ich natürlich den Part. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge von Stardew Valley wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.